Walker, Adams, seid ihr noch da? Wir hören Lugo. Gott sei Dank, verdammt. Wo bist du genau? In einer halbverschütterten Yacht. Die mit den angepissten Soldaten drumrum. Kaum zu verfehlen. Okay, bleib wo du bist. Wir holen dich da raus. Wir müssen, Walker. Da kommt eine Patrouille. Was sind sie? Scheiße, zu spät. Ach, die Sniper meinen die. Gut, dann wechsle ich die einfach mal. Und mal gucken. Lade weg! Brücke vor! Zwei Uhr! Feindliches Feuer aus dem Loch da! Mit der Gord! Weg ist er! Okay, der Wache kann es überhaupt nicht so sehen. Oh, fuck, was? Oh, scheiße. Hinter die doch nicht! Tut mir leid, aber ich muss mir erstmal eine andere Waffe suchen. Die geht gar nicht. Scheiße, noch ein Scharfschütze! Wo? Scheiße! Unter schweren Beschuss! Ich hab den, Hurensohn! Den auch? Das hab ich auch. Schön, die sind aber nicht da durchgehend. Damit man natürlich nichts macht. Und was passiert mit Adams? Er macht das ganz perfekt. Scheiße! Vorsicht! Wie kommen wir da ran? Ah! Er ist ungedeckt! Scheiße! Perfekt! Nein! Ich möchte laufen! Ich möchte laufen! Ich brauche hier Hilfe! Okay, das war vielleicht keine Suchtidee, aber... Obwohl, eigentlich doch. Halt, bewegt sich! Vorsicht! Tendor am Boden! Oh Gott, was macht ihr denn? Die 33. Dreht total durch! Denk nach, Lugo! Gibt's noch ein anderes Versteck? In der nähesten Flüchtlingscamp! Ich tauch dort ab, solange ihr Action macht! Klingt gut! Wir treffen uns, sobald ihr sicher ist! Keine Schrottflinte... Keine... ...Motion für die Famas. S... Gar... Und dann hat hier was mehr. Aber... Mal gucken! Was passiert? Wenn er das mal heil übersteht. Ach, ein Armbruch. Wir haben Schlimmeres erlebt. Du weißt ganz genau, dass ich das nicht meine. Wenn du was auf dem Herzen hast, raus damit, damit wir weitermachen können. Diese Mission ist Mist. Wir haben eben ein Hochhaus voller Amerikaner gekillt. Die haben uns keine Wahl gelassen. Du hast uns keine Wahl gelassen. Scheiße, was ist aus uns geworden, Mann? Nichts. Wir sind eben Soldaten. Oh, verstehe. Mein Fehler. Naja. Also ich muss sagen, dass das nicht mehr richtig Soldaten sein ist. Die schickenden Schweren! Scheiße! Der kommt ein Freund mit dem Messer! Lage nach! Halte mir vom Leib! Erinnst mich was! Du leistet den Feind, der kommt aus der Deck kommen! Komm, nachladen, nachladen. Nein! Okay. Äh. Hey. Also ich muss sagen, dass es mir gerade leid tut, aber ich einfach nicht auf die Raffel. Wir kennen das Spiel vorwärts! Lade nach! Halten Sie den Problem! A-Kämpfer im Anmarsch! Oh mein Gott. Alltag! Lade nach! Lade nach! Lade nach! Höööööööööööhh! Boah. Ich bin eindeutig so schlecht Dosen, Noobian Action Dosen, Noobian Action Mal zwei Wer ist tot? Ja, der war Nein, das war auf Sprinten Okay, nochmal Vielleicht habe ich einfach nur das falsche Equipment Aber Kann man dummerweise nicht wechseln Ja komm, heil dich, heil dich, heil dich Ja Okay Irgendwie muss ich das anders lösen Okay go Okay Okay go